Diese Spiele brauchen immer viel nachdenken und viel ruhig. Ich bin ein ruhig Mann. Ich mag diese Spiele sehr. Ich heiße Majdaddin Susi. Ich komme aus Syrien. Ich bin 29 Jahre alt. Ich habe Soziologie studiert in Syrien, Damaskus Universität. Ich habe als Elektroniker gearbeitet, sieben Jahre. Wegen des Krieges habe ich Syrien verliess und kam nach Deutschland. Ich habe vor vier Jahren verheiratet und seit zwei Jahren habe ich meine Frau nicht gesehen. Ich sage immer etwas, ich kann warten. Ich muss warten. Hier in Deutschland ist alles immer sauber. Die Leute sind auch sehr nett. Keine Probleme. Das gefällt mir. Das Leben ist gut. Ich fühle Leben so für diese Leute. Nur einfach Leben. Mein Name ist Mustafa. Ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus Syrien. Ich habe gearbeitet in Syrien, alles wie Kaffeefahrer und manchmal Busfahrer. Ich bin seit zwei Jahren in Deutschland, weil mein Land ist Krieg. Vor sechs Monaten habe ich, dass es eine Firma gibt, die Hermes heißt. Und sie brauchen Arbeiter. Und ich habe meine Bewerbung geschickt. Sie sagten, ja, wir brauchen dich. Bitte komm zu uns und wir schauen, was kannst du machen bei uns. Das war eigentlich einfach. Meine Familie ist in Syrien. Das ist klar. Ich muss arbeiten. Ich kann nicht nur bei dem Jobcenter wohnen. Ich habe die Sprache ein bisschen gelernt. Ich habe eine Arbeit gefunden. Ich habe eine Wohnung gefunden. Und ich glaube, das macht mir einen Teil dieser Gemeinschaft. belgän reliabilitybe paternisch расpeziert. Ich aber nicht, das macht mir acht Garage. 46.07.isi 46.07. Patricia